Willkommen zurück Es geht munter weiter mit Feuerwerk Dann machen wir mal Feuerwerk noch Ja Klappt nicht Das klappt aber Da hinten noch Habe ich jetzt alles, kabumm Sieht doch gut aus Habe ich jetzt schon alles gesprengt Nein Hier ist noch was Ein leichtes Gefühl, ich mach das falsch Ich soll das gar nicht machen Ich lauf jetzt hier einmal rum Ich nutze das jetzt hier einfach mal Hallo Was machst du denn da? Wir tun schon die Ordnung Äffne die Tür Wer kommt denn da rauf? Was sagtest du? Bin neu hier Ich kenne es nicht Dann solltest du mit dem Kommandeur im Westturm sprechen Das tue ich Westturm Okay Ne mit denen möchte ich jetzt Nicht so gern spielen War doch nur so Kopfschuss mäßig zu besinnen Geht das so? Ich hab sogar einen Einen hab ich geschafft Bin stolz auf mich Komm schon Hat der jetzt gerade aufgehört? Dann zertritt sie Was war das denn? Das war ja Beleidigend Stehen denn die anderen beiden Herren? Da hinten kommen sie Ob ich sie abschrecken kann Ja, Feuerpfeil bringen nichts Ich muss den Kopf treffen Komm schon Ja, noch Ja, gut Haarscharf ist ja bei Glatzköpfen hier ja Nicht so Jetzt treff ich doch mal Oh, geht doch Wartet der Herr auch so nett vor mir? Nein, ich treffe einfach noch Uh Kommen ja noch mehr Wie viele kommen denn noch von den Herren? Die sind sehr langsam Da haben wir noch einen Keine Quatsche mehr Töten sie Oh Da hat er mich erwischt Lauf man schon Ich könnte auch die ganze Zeit rüber laufen Aber Ich glaube, das wird das alles nur Fürchterlich in die Länge ziehen Ich finde, das geht so recht schnell Eigentlich Wenn ich denn da mal treffe wieder Zack Ging doch Suchen sie den Kommandanten Ja Ging doch besser als erwartet Ach, schneller Wahrscheinlich da hinten die Tür, ne? Wozu habe ich jetzt eigentlich versucht Diese komischen Fässer hochzusprengen? Ich weiß es nicht Da stand Feuerwerk Ich glaube, ich habe einfach Zu geradlinig gedacht Da ist es der Vesto Da ist es, der Vesto Tuh, 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 tuh Wie ist sie bloß? Böser, kleine Troll Und eines Nachts schlitzt sie dir den Hals auf Feuerwerk Hat, hat sie mich gesehen Geh weg Hier ist keiner Ich mag Feuerwerk. Kamera möchte nicht. Wenn Kamera nicht möchte, kann ich auch nicht viel ändern. So. Noch ein Stückchen laufen. Passt das? Passt doch. Ja. So ein guter Schütze muss man erstmal sein. Feuerwerk. Oh, da kann ich doch mal weg. Wo geht's hin? Ich weiß nicht, ob die Tür auf ist. Da soll ich. Ich lege mal hier rüber. Die gleich noch aufgesprengt wird. Ich mach mal hier, die kommen auch raus. Das gibt schon mal nicht. Ja. Jetzt. Mal hier rein. Raus. Wir fragen noch mal den netten Herrn. Kommt mir sogar entgegen. Nicht da hintreten. Das ist fies. Das ist aber nicht schön. Nee. Komm mal da rein. Passwort habe ich. Punkte sind hier nicht mehr drin. Gut. Kann ich ja gehen. Vielleicht sind da auch Punkte. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Macht jetzt auch nicht so den Unterschied. Dann haben wir ja jetzt das Passwort. Lauf ich richtig. Ich lauf ausnahmsweise direkt richtig. Dann sagen wir dem netten Herrn das doch mal. Zing Zang. Ja. 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 Wer ist denn das? Töten sie schabes Tier. Okay. Hauen wir mal drauf. Gucken was passiert. Aber das scheint nicht so. Soll ich den jetzt abwerfen? Haben wir hier noch was? Ja. Pflaume oder was das ist. Bock. Haben wir noch ne Melone. Scheint wohl zu funktionieren. Ich kann auch einfach warten. Wie es er daneben angegriffen hat. Turrenkrug. Locken. Hat keiner gesehen, hoff ich. Jetzt kommt hier noch ne Melone. Treffer. Mal mal aufpassen, was man hier so werfen kann. Diese Melonen haben es mir ja schon echt angetan. Die scheinen recht effektiv zu sein. Nur hier sonst nix. Vielleicht auch so ein Turrenkrug. Klub. So getroffen. Na ja. Das werde ich wohl nie herausfinden. Mal nochmal hier so ein Turrenkrug. Scheint auch zu funktionieren. Oder auch nicht. Na ja. Schabes Tier werden wir dann wohl im nächsten Part besiegen. Aber da ist es ja. Und da ist es... Vielen Dank.